Bochum hat in den letzten Jahrzehnten einige Rückschläge einstecken müssen. Aber die Stadt, mitten im Ruhrgebiet, macht das richtig gut. Trotz der Probleme in der Vergangenheit hat Bochum eine aussichtsreiche Zukunft vor sich. Klar, es gibt noch die Plätze, die an vergangene Zeiten erinnern. Aber die zeigen, wo wir herkommen. Aus Industrie wird Industriekultur, die eine neue Lebensqualität, bunte Veranstaltungen, neue Unternehmen und junge Menschen mit neuen Ideen hervorbringt. Der VfL Bochum ist wie seine Stadt, stets im Wandel. Wir mussten uns immer schon gegen die Großen behaupten. Schon als Achtjähriger bin ich gegen den Willen meiner Eltern ins Ruhrstadion Anne Kastropa gegangen. Für mich war der VfL immer nahbar und authentisch. Mitten in der Stadt und seine Fans, die sind heute immer noch da. Auch ohne Titel. Es war für mich immer klar, dass ich zum VfL gehe. Es gibt für mich keinen anderen Verein. Nemte. Bis zum VfLachen